Dass die Leute, die in einer Religion sich gefunden haben und den Lehren des Meisters Jesus Christus folgen, nämlich liebt einander, Gott ist die Liebe, wer in der Liebe lebt und in der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm, verzeiht einander, Nächstenliebe, Liebe, Liebe, Liebe. Und was machen die Katholiken und die Protestanten, haben die jahrhundertelang gemetzelt und tot gemacht. Und bei den Muslimen auch genau dasselbe. Verschiedene Sektariens, verschiedene Abteilungen schneiden sich die Körper ab und gönnen sich den lieben Gott nicht. Das ist denn das für eine durchgeknallte Welt. Gott sei Dank der Meister Brecht, der Meister Jesus, der Meister Tate und der Meister Dillen. Jetzt kommt Hosianna Rockefeller und da seht ihr mal, wie unser Meister Brecht das mit der Nächstenliebe umsetzt. Schenke dem Reichen, dem Reichen, ja schenke ihm Erbarmen, Hosianna, in deinen Armen, Hosianna. Schenke deine Gnade, deine Gnade, Hosianna und deine Hilf, dem der Arme, Hosianna. Hab mit dem Reichen Erbarmen, Hosianna, hab mit dem Reichen Erbarmen. Hosianna Rockefeller, Hosianna Henry Ford, Hosianna Kohle, Stahl und Öl. Hosianna Gottesbaum, Hosianna Gottesbaum. Hosianna Gottesbaum, Hosianna Gottesbaum.